Der 96 Online Adventskalender Heute mit Harlene Tim Walmir Und Friedhoff Welcher Begriff wird hier erklärt? Ist bekannt bei jedem Fan Ein Lied Wird vor jedem Spiel gespielt Jeder Verein hat seine eigene Der eine Sänger hat einen weißen Bart Wird von Deto und Ossi gesungen Es singen vor dem Spiel alle gemeinsam Unsere gibt es seit 2002 Es heißt auch 96 Alte Liebe Dabei werden alle Scheiß hochgehalten Alle Spieler kennen sie auch Ja, richtig Was könnte das sein? Wenn ihr den gesuchten Begriff erraten habt, macht heute beim Gewinnspiel mit Es gibt einen tollen, außergewöhnlichen Preis zu gewinnen Und ein Thema liegt uns noch besonders am Herzen In der kompletten Weihnachtszeit unterstützen wir die Aktion Kindertraum Bitte helft uns dabei Ich will nicht nur eine App Ich will meine App Die genau weiß, was ich gerade brauche Und mit der ich in jeder Situation Hilfe finde Gelbe Seiten Näher dran an meinem Leben Ein Service ihrer Gelbe Seiten Verlage Und mit der ich in jeder Situation gebe